Moin Leute, willkommen zum neuen Video von Startup Company und ja, wir legen direkt mal los und aktualisieren, glaube ich, mal unsere Verträge. Es wird nicht, glaube ich, wirklich nötig. Aber gut. Das ist von Amazonas Prime. Ah, wir haben 312, okay. 31299, okay. Okay. 300 Millionen. So. So. Dann hier. Genau das gleiche. Filter. Und 300. 1, 2. So. Zack. Und dann hier. Jupp. Upsi. So. Warte. Bei wem haben wir es? Okay, bei dir noch nicht. Ah, das passt nicht ganz. 3. So. Passt. Ja, 18,20 wäre schon. Ja. Ja. Ganz gut. So. Ah, Mist. Ach komm, wir brechen uns einfach schnell ab. Wo es gut ist. Wer hat am meisten bei Video, keiner von dir. Passt recht, 4 bei Video, 8,20. Du auch. 6,15 ist höchste bei Bild und 14 bei Text. Okay. Okay, hier ist gar nichts gut. War gut. Ähm, hier. Na, verhandeln wir hier mal für Amazonas Prime, ne, Video-Werbung. So. Verhandeln. Fangen wir mal bei 15 an. Gehen ganz weit runter. Und dann können wir gleich noch hochgehen. Ach, Mist. Ja, Support-Mitarbeiter geht gleich. War gut, kann ich nichts machen. So. Nochmal runter gehen. Jetzt nochmal hoch. Nochmal runter. Oh, schon angenommen. Oh, hä. Na gut. Egal. So. Dann hier passt. Das ist ganz gut. Banner-Werbung bei Amazonas. Banner-Werbung. So. Fangen wir mal bei 12 an. Gehen wir mal ganz weit runter. Gehen wir noch mal hoch. Noch weiter runter. Kommt. 69. Ah, gut. Automatisch. Weiter. Oder. Verlängern. Passexer. Ach, hier ist immer noch nichts Gutes. Superstar-Mitarbeiter. Hallo. Oh, nochmal. Ähm. Na gut. Ah, lassen wir erstmal so. Ach so. Hier, ähm. Immer noch nichts Anständiges. Ist ja nicht. Warum waren die so unglücklich. Oh. Oh. Haben wir jetzt keinen Support-Mitarbeiter mehr, oder was? Amazon. YouTube. 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 Hä? YouTube. Hallo? Was ist denn das Problem? naja egal müssen wir wohl jetzt erstmal akzeptieren aber gut features was kann man denn deaktivieren video werbung wohl das nervig kommt hier wer hat video werbung stetigen features ich habe doch gerade wieder weg gemacht ok ich weiß nicht ok wir brauchen wohl mal ein paar support mitarbeiter ich mal so behaupten abbrechen so support mitarbeiter zack 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 so jetzt heißt es erstmal warten aber was war denn hier los aber gut naja kann man wohl nichts ändern was bedeutet das ok ich weiß nicht was bedeutet aber gut dann erstellen wir gleich noch mal ein zweites youtube team oh experte ach da war ja was wie ich es liebe ich sollte mal whatsapp beenden whatsapp web aber gut ich habe mal auch spaß so eingespeichert also keine angst das war wegen kapette aber naja egal das ist ärgerlich das müssen wir ändern das heißt hier brauchen wir einen ad blog also anti ad blogger und dann noch video werbung und ein anti ad blogger weg toll das macht spaß egal äh hier das war für amazonas prime text was ist denn jetzt schon wieder los warum sag mir das mal einer warum naja das mache ich jetzt ein paar einstellen das drückt mich schon wieder auf aber gut wir bleiben ruhig wir bleiben ruhig soo 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 team nummer 2 team nummer 2 ist für warte gering warte hä also dann die 2 weg soo und du auch nur noch für das soo das heißt zurück so also youtube team nummer 1 hat gering ja da brauchen wir nur 2 mitarbeiter ok das passt dann brauchen wir bei team nummer 2 3 mitarbeiter und und warte ne es passt nummer 3 nummer 3 Und Nummer 3 So Jetzt dürfte das doch passen Was ist denn das? Danke Doch nicht Haben wir eigentlich einen Mitarbeiter namens Bruce Murphy? Was machst du für einen Scheiß? Oh ne Vergess es Vergess es Ich hab scheiß geredet Aber gut Das kennt man ja nicht anders von mir Von daher So So Ja das passt Das wirkt mich gerade ganz schön auf Aber gut Features Features Umsatz Video So So Nächster Versuch Wir lassen Ant Ah ne Machen wir an Ich bin gerade so motiviert Aber gut Okay hier hat uns einer verlassen Such du mal nach Vertriebsleiter will ich Ein Experte Aber nur einen So Passt ja Typ So Und Weiter geht's Das drückt mich gerade so auf Was ist denn jetzt schon wieder Ganz ehrlich Ach AdBlogger muss weg So Gut ist Das hier vom Supporter so Hinkriegen Das motiviert gerade schon wieder Aber ich glaube ich mach bald Auswahl Ach sonst Pletzt mir der Krag Aber gut Naja Ich will ja nicht zum Alternativ werden So Ich würde sagen Wenn es euch gefallen hat Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen Kostet natürlich nichts Genauso wenig Wie ein Abo Und ihr würdet mich damit kostenlos unterstützen Und ja ich würde sagen Wir sehen uns In der nächsten Folge von Startup kommt nie wieder Und ja Ciao